Wie weit fahrt ihr uns rein? So weit, einfach nicht im Radius. Wir müssen dann Radius setzen. Wie nah sollen wir dann oben? Ja, der zweite. Ah, fuck, Alter, sorry. Jo, ist nicht schon spät. Warte. Komm mit. Komm mit. Wir müssen gehen. Perfekt. Ihr geht schnell aus. Ja, super. Raus mit euch. Raus mit euch. Zack, 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 zack. Danke für die Frage. War das über... Ich hab noch was gehört. Hofer. Ja. So hinter Sicherheit genug drin lassen für eine kleine Angriffsfraub dann noch? Ja, ja, genau. Wer hat jetzt nur mal ob ob gewonnen. Genau, 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 hast recht. Es ist nur 600, es ist nur 600, es ist nur 600, es ist nur 600. Die Namen hast du 700, die beiden. Dann kann ich zwei Ammo-Boxen und versetzen. Na. Ist das eine AT? Ist das irgendeine AT? Dann sollte er sich an mir halten. Ja, ich bin AT. Ich komm runter jetzt vom Berg. Komm schon. Warum denn, wo denn was denn? Gibt's was, Olga? Ich bin Schütze, ich hab Ammo. Ach so. Generell hier doch, du hast schon was. Okay, nein. Oh, 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 oh. Schon unter Beschuss? Super. Geht rüber nach New or Lower. Geht rüber, alle rüber nach New or Lower. Wir haben die FOP hier oben. Lasst den Lodschi da erstmal stehen. Wetter, aschen wir. Ja. Ja, haben wir. Auf jeden Fall. Matzo läuft doch zu. Ah, der baut ihn lieber ab, ah nur ein FOP. Geil. Oh, fuck das wenig. Ist ein Sniper. Wirklich geil. Der hat mich. Die Double Fops. Und ich. Gerade wir haben einen Sniper direkt im Osten. Warte, ging mal eben. Hier ungefähr. Beim Ping. Muss irgendwo sein. Ja, ne, fest. Ne, gehört. Bin gleich dran. Hab an. Sehr gut. Soll ich dich erschießen? Ja. Ja, ich komme nicht raus. Olga? Ja? Ich komme nicht raus. Okay, wir gehen rüber nach New or Lower. Ich weiß nicht. Servi hast du ihn erschossen? Ne, Matzo. Matzo hat ihn geflankt. Wir sind von euch auch weiter in Osten drüber. Der Medic, der da oben ist. Kann ja nochmal zurücklaufen zum Lodgy, bitte. Seh sie gerade. Genau Osten. Wer ist denn oben? Der Medic von uns? Südöstlich von dir, Medic. Wo oben? Wo wäre ich kein Lodgy jetzt? Ne, vergiss es, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Nein, nein, nein. Ich bin nur noch Scotty drüber. Okay. Wo habt ihr Feinde? Servi, oben an dem Stein. Hm, ich suche den Auto. Das krieg ich ihn verloren. Ich bin ja nicht mehr, Olga. Sie? Einen hab ich. Ey, das gibt's doch nicht. Wie sieht der mich denn immer noch weiter? Von wo wurdest du ihn zerschossen? Vom Haus oder von? Sie warst ja. Ja. Ja, voll gut. Ja. Ah, einer. Ja. Kriegst du irgendwie so Halbeck-Safe, Hofer? Oder nein? Ja, ich glaube nicht. Nein, vergiss es. Hab ihn. Die haben ihre Spawn-Up hier auf Ping. Da in dem Compound. Och, fuck. Da war noch einer. Pass auf, Servi. Nord direkt. So, ich geh rum bei der FOP raus. Ein Tor unter Binnen. Ich geh da FOP raus. Bei der Bunker. Wir setzen da eine Repair-Box. Wir setzen nämlich eine Repair-Box hier oben, ja? Denkst du nur noch einen. Was ein Paradebeispiel. Ich geh den nirgends. Ich geh jetzt aus meinem Medico. Ich hab noch eine Bandage. Ah, jetzt hör ich den. Warte. Hab ihn. Wir sind noch tot und kann hier... Da ist noch was, da ist noch was. Ich hörte noch Bewegung. Ganz schloss hinter dem Stein. Vorsicht Matze. So. Der kriecht da rum. Danke, Freaky. Krieg du aus. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Achso, ne, hab ich nicht. Ich hab nur immer wieder sporadisch Schritte geholt. Oh, ne, die Toten könnten schon in der... Na, ne, in Spawn. Ich hab nur überhaupt noch unten spawnen. Ne, die Toten könnten schon in der... Na, ne, in Spawn. Ach. Leute, das war doch unser 30er. Ach man, ey. Es war Elgenbeschuss, das ist unser 30er. Ja, der 30er rotzt hier die ganze Zeit bei uns. Vorsicht, Olga. Das ist unser 30er, der da im Norden steht. Der rotzt hier auf uns in Hügel. Ja, Goy macht ja mal Vollgas, ne. Aber wegen feindlichen 30ern... Ja, ja, passt. Das ist kein 30er, Goy. Ne, ne, das ist unser 30er im Norden. Der schießt hier unten im Südwesten. Die Einstellungen haben sich hier verändert auf Ami. Aber es ist der... Nicht von selber, Goy. Es ist der andere. Da schreibt's auch schon jemand. Dankeschön. Bist du down, Salver? Salver, Goy? Ja, ist... Mbts got down. Nein. Nein. Warte. Ich hab's nicht gemacht. Achso, okay. Taub, du meinst. Das ist ja nicht stumm. Das ist ja nicht stumm. Das ist ja nicht stumm. Hier, der Panzer ist aktiv. Oh, der ist aktiv. Rüben bei Radio Station. Ich ping mal kurz. Ja. Ist ein Panzer. Ein Warrior oder sowas. Er hat die ganze Zeit auf uns geschossen. Auf dich auch, Sammy. Ne, ich wurde aber von Norden abgetan, definitiv. Vom 30er. Ja, also ich wurde da eben auch angeschossen. Bevor ich dich geholt hab. Das war auf jeden Fall der Dingens. Wir sind nicht zu sagen, Warrior. Wir sind nicht zu sagen. Ah, der Fahrt weg. Der Fahrt der Radio weg. Richtung Osten. Der... 30er. Der Feind 30er. Nicht zu sagen, Warrior. Reiziger für Erwachsene, meinst du? Mr. 9x19, freu ich dir mal kurz ihre ärztliche Führung, ja super, Kino hast du nicht mehr? Ah ok, ja gut, Heliquity ist auch gut, danke, ich bin treu, da haben wir das Programm bei dir, ne? Weiß jemand von euch, wo ich Munition finde, ich bin neu hier, Munition, ne also Munitionslager haben wir gerade noch nicht, aber du kannst um 30er laufen, da kannst du auch munitionieren, am Fahrzeug, da kannst du, komm mit, also Fahrzeuge haben, die meisten Kistenfahrzeuge haben auch Munition an Bord, ansonsten hast du nur so Ammo-Kisten, wenn die rumstehen, Ammo-Kisten können gebaut werden innerhalb von diesen FOP-Radius, also wenn du auf die Karte guckst, das ist der blaue Kreis, bis wenn das eigene Team Radius gesetzt hat, wenn da auch Muni-Kisten hingestellt werden Aha, und wie nehme ich Munition an dem Auto? Achso, F gedrückt halten, F gedrückt halten und dann nach oben rechts, ne, und dann direkt nach oben rechts drücken, mit dem Mauszeiger, also nicht auf F gedrückt lassen, sodass du einsteigst, sondern dann oben rechts, genau Ah ok, ich hab's, danke schön Jo, gerne Und, wie lange hast du jetzt schon, Kurt? Ganz, ganz, ganz frisch, oder? Oh, ganz, ganz, ganz frisch Na dann Ich wünsch dir toll, 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 dass du die ersten 23 Stunden gut überstehst, weil es ist keine Seltenheit, also die ersten 23 Stunden ist wirklich, ja wie soll ich sagen, die Hürde des Spiels Da wirst du aus allen Necken erschossen, kriegst du überhaupt nicht von wo, und das stellt sich dann mal irgendwann ein, glaub mir Ja, das denke ich mir Ich hab auch Das her lauf ich nur rum und check gar nichts Ja, ging mir auch so, ich hab's noch 20 Stunden, hab ich's dann weggelegt, das Spiel dachte, ah verdammte Scheiße Hab's dann irgendwie drei Monate später nochmal angefangen und dann auf einmal ging's, keine Ahnung warum, aber dann auf einmal hat sich's gut angefühlt Weil ich bin schon bei 2200 Stunden Oha Ja, also durchhalten Mach ich Danke Oh Fein Ja, bleib liegen, Moment Hab ihn Wart glaub ich nur ein Einsamer Geht mal wieder zurück nach Near Lower, dass der 30er euch da abholen kann Wurde ich gleich hoch Jo Hm Ah, da war anscheinend alleine Ah, ganz hinten am Horizont, Moment Sekunde noch machen, bitte Ok, der auf den Ah, Medik ist schon da, nice Grunde noch ein kleiner Medik Und einer hinten am Horizont Danke ich hatte immer noch schüsse irgendwo weit im osten Wieso? Ja Wieso? Mein Gegner soll weg machen E1 Ja? Warte mal wer ist denn das? Wer liegt denn da bei mir grad? Ich nicht Wir haben Movement Richtung Westen Bei der Brücke Also auf gut Deutsch Sie kommen jetzt nach Niva Loa Von der Brücke aus Fahr da mal weiter nach Süden E965 kommen ein Gegner Mindestens 2 hab ich gesehen Ja Wir haben ja auch immer noch mehr Kontakte Südlich Ja So schluss Komm schon Uh Da hat's doch schon weiter Die hat's doch schon Boah was kennst du dir denn? Wahnsinn Scheiße Ja wir haben auch südlich Aufpassen südlich bei der Ruine Beim Ping Gamsjäger und Olga Wenn ihr die Hub oben habt Kommt hier hinten noch eine Repairbox hin Ja die Repairbox funktioniert Das ist nur ein bisschen vergrutscht Das Zeichen wurde nicht angezogen Ja ihr kriegt hier aber noch eine Repairbox Wenn ihr dann hier rüber kommt Na danke Also dann würde ich abholen oder gegen die Am Paterier das wird sehen? Wir werden Niva Loa nicht langräuten Wenn das so weitergeht Ja Ja Sollen wir mit helfen uns verteidigen? Ähm Wir brauchen definitiv leider genug Loa Ja du kannst mit helfen und verteidigen Oh 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 Ja Was denn? Achso Achso das bist du der Schieß Boah Das bin ich Ja bei mir bei Gamsjäger im Südosten Am Ping Und da pusht grad ein ganzes Squad Da pushen grad die Ja Fünf 60 Leute übers Viert Südosten Und bei der Hub dann noch ein Apropos Was ist das? Oh ja Die sind schon Südost hier Okay die Toten dann hier oben bei dem Mount mit Spawn Südost dann der Tee Auf innen lower Was? An der Fortbedien Mhm Bauen jetzt Gleich Keine Moonbo Ah doch Neuer Südicht Westlich Von hier Auf Ach gekomen Das gibt's doch gar Kommen von nieder Da überlegen wir dich nicht mit dem Leg dich nicht mit dem Was soll ich nicht was machen? Seid ihr noch im BTR? Ja Legt euch nicht mit dem Warrior Wo ist denn da? Kann man aber Wenn man von hinten da wischt Kann man es kurz da sitzen Wo ist denn der Warrior? Hatte ihr uns wirklich gehört Oder waren wir das Weil sie schießen von hier gerade Könnt ihr mich irren Wenn's Bababababam Duf 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 Langsam Warrior please Ich hab halt nichts gehört Ich hab Das kam direkt nachdem wir von hier geschossen haben Warrior shears Wesentlich langsamer Ich hab halt Keinen gehört Wir sind hier im Südwesten Dann können wir gleich noch in eine Richtung locken Dann können wir gleich noch in eine Richtung locken Das ist ein Standard Emplacement Ahja Aber der nicht Was ist das? Ich hab ihn an der Hub Was ist das? Bumm 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 Steht da einer drin? Da steht einer drin Was hatte der in der Hand? Keine Ahnung, schau mal Wer ist denn dabei? Der hat mir gedacht, ich stehe Wo ist das Radio? Radio ist da oben Oder? Definiere oben Nee, nee, das ist in diesem kleinen Bunker Ja, hier ist es Wow, fein im Durchgang Olga, ich brauche dich hier drin Ja, ich deck den Eingang von hier Ja, okay Ah, ich bin verblutet Mit dem Ostausgang Ist einer von uns? Der Eingang Wir sind da jetzt ja Hat der jetzt Ja, ich muss trotzdem gucken Ja Radio ist gleich unten Nicht unserer, der schießt Doch, doch, ist unserer Ja Auch da, ja Radio ist weg Ich habe Beute Eine Feind-Ammutasche Ah, ist das geil, ey Ähm So sexy Flassiger mit der Ja, alle jetzt rüber nach der Mount Ja, alle jetzt rüber nach der Mount Alle jetzt rüber nach der Mount Gibt's das da drin Gibt's das da drin Gibt's das da drin Okay, oder wie Der wurde grad oben drauf erschrocken Der ist da von Western aus Ist hier der Mount Ja Ja Okay, danke Wir kriegen immer wieder Gegner da noch immer bei Ja, ja Das ist nicht mehr interessant Passt Ja Aber von wo hat er jetzt geschossen? Ja, ich will dich hier Ja Äh Kriege? Wo war der? Ja, die Feinde werden jetzt vermehrt aus Westen kommen Dann werden sie in Osten, von Osten kommen Dann werden sie in die Hölle kommen Ähm Ja Frühgein Komm da irgendwie aus dem Westen Ich seh keinen einzigen Ja, aber wie Oder er klitscht irgendwie Das kann doch nicht sein Ich höre hier einen hoch und der wird direkt weggemäht. Das gibt's doch gar nicht. Ich höre jemanden schießen. Ich seh den nicht, ich seh nicht mal einen Razer. Der mäht alles um hier. Die ist auf mich? Das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt. Jetzt. Witzel. Witzel. Ja, ist echt. Ja, ist echt. Geben wir den Mount auf? Nee, nee, nee. Wir sichern den Mount. Wir haben unser 30er hier, das uns hier helfen kann. Könnte. Wieso denn? Hör mal, weiß nicht. Der Fahrzeugtyp. Was? Fahrzeug? Was? Kennste doch. Da gibt es ein Target, das verfolgen, so ein bisschen blau. Dann sind sie auf einmal weg und könnte ich nicht mehr decken. Ich finde, wir sollten wieder... Ich finde, wir sollten lieber wieder auf Eselskarren setzen, mit Kanonen. Ja, einen Esel haben wir ja schon. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Doruk ist. Aha. Du felsrassist. Nur Olga weiß gar nicht, was er mit diesen Kommentaren macht. Ich, 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 ich nicht. Wissen. Eben. Ich würde gern Olga erschießen. Wer nicht? Westlich meiner Position, ich bin auch bei Lieberloher. Oh, ha. Oh, Niki, was bitte? Wie, Niki? An der Brücke. Durch Brücke östlich. Kommt aus dem Westen. Kommt er hier hin? Fährt er nach Osten, Niki? Nein, er fährt nach Süden. Oh. Industrial wahrscheinlich. Nein. Deine Abflussuferseite oder andere? Ost. Meine Straßenseite. Meine Flussseite fährt jetzt gerade nach Süden. Ach, weil hier die Main vielleicht abkämpft der Sechsen. Also Main und Industrial, was die da jetzt angefordert haben. Ja, genau. Kann ja nichts passieren. Hinter uns! Gegner hinter uns! Norden, Norden, Norden! Ganze Squad! Make-up-back. Ja, der ist hier. Hab noch einen? Äh. Oh, no. Zumindest sind es noch zwei. Einmal pingen. Den hab ich's? Ja. Hier kommt's. Wir haben's. Hängen wir den mitzint die Seite. Wir sind ja an unserer Fopner, zuvor dabei gerannt. Aber... Nicht? Nee, vielleicht. Einer wahrscheinlich noch. Ja, das müsste er gewesen sein. Oh! Oh, da ist noch einer, ja? Ich hab's gesehen, hab's gehört. Was? Wo? Noch, warte mal. Aua! Boah, was? Ich kenn' der Foppaß. Ich werd' von der Foppaus beschlossen. Südlich der Foppaus. Der hat dich wahrscheinlich auch geholt. Ja, da ist bei denen noch dasselbe, dass... Genau tot. Südlich, südwestlich der Foppaus. Hier haben wir den Foppaus noch in südöstlich. Nicht südwestlich. Südwestlich der Foppaus. Gut, ich erschoss. Ah, süd... Entschuldigung. I'm sorry. Äh, hofer, war mal bitte Squad 1. Es kommt hier nördlich der Hub hier unten. Beim Industrial Park kommt der Panzer. Nördlich da die Straße. Ich bring mal grob. Äh, hier. Ja, das soll an die TOW gehen, wo da steht. Ja, deswegen. Genau, der ist direkt west... Oh, ich bin down. I'm going down. Wahrscheinlich in der T. Ja, das kommt kurz her. Ja. Haben wir eine Repairbox zu nur. Ganzer Feindspot-Spot-Leader hier. Noch ein ganzer? Er öffnet Granate drauf. Oh, fuck. Bin down. Irgendwo hier beschossen worden. Seht ihr oben schon auf dem Punkt? Hofer ist durch die Map. Matze, dann muss der Jango sein. Ja, ich hab einen. Noch einen. Ja, der Rallye ist weg. Auf der Bound. Matze. Das ist wie ein Fallentum. Geh mal bitte auf die Fahne. Ich hab keine Augen da oben. Oh, ich schau doch da. Ich hab eine Verhörung. Auf was schläfts ist rot. Matze, wie ist die Cap da oben? Ich kann gerade nicht weiter. Sie ist handig. Ich hab das gefunden. Ich bin mir bei den ganzen Dingen nie ganz sicher. Weil manchmal packt das man nicht. Hier war irgendwo ein Sniper. Ich hab ihn doch gerade gehört. Du brauchst vom Team eigentlich in der Zone. Hast du ihn? Ja, der Cap ist noch. Der Cap ist voll. Okay, gut. Hier war irgendwo der... Ja. Ich bin drüben gelaufen. androh. Ja. Ich bin drüben. Ich komme auf jeden Fall hier aus dem Südost. Und noch. Ach der ist hier in dem Vordel. Oh Gott. Ja, die kommen ganz klar von hier. Südlich am Fluss, äh am Gleis sind die gerade. Südlich der Helmer kann. Die Infanterie ist ein ganzes Grund. Leg doch ein. Bitte? Ja, ne, ich hab nicht gefragt. Ja, das ist nicht alle hier unten. Pusher kann man unterbauen. Ja, das ist nicht halt. Geht überhaupt noch. Wir haben jetzt noch was gemacht. Bist du stehen? Ja, ist los. Heißt das, ich soll euch eine Lodge holen? Ich hoffe, ich kann hier eine Lodge holen. Ja. Ich bin gespawn, das Spiel wird durch vorbei sein. Ach so, ja. Ich habe eine Lodge hier und dann packen sie die noch mal weg. Was? Ja. Let's go to the medic. Ach. Ach. Ach so. Ah. 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 So, wir hauen es bei den Dças. Hens, wir hau'n's geil Wir hau'n's geil, wir hau'n's geil Alle Toten können reinlassen, das ist voll Ruhig den Spaß in der Mitte Tau'n's egal, das fehlt mir, das wär'n wir wieder her Naja, das war ja schon ziemlich gut Die anderen Squads haben ja jetzt erst mitgeguckt Ja, das ist mit 30er, das ist mit 30er und äh Und Squad war schon gut, das hat schon gut funktioniert Ja, ein bisschen das Zwischenlässe finde ich so ganz Das ist dann noch ein bisschen mit der Flügel schon hier hin und her Ja, gut, aber das ist doch klar Oh Gott